Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Bad Boss. Ich bin in einem Team mit Zalus und ein Gegnerteam ist der liebe Alti. Oh mein Gott. Hey, wie soll ich in einem Gegnerteam sein? Alti, du bist einfach unser Gegner. Du kennst ja nicht. Guck mal, der eine aus meinem Team bewegt sich nicht mal. Den brauch ich jetzt einfach zu, ne? Verrecken. Jetzt heul dich rum. Das ist jetzt dein Problem, ne? Es ist einfach dein Problem. Wir brauchen dich nicht. Stimmt, Zalus? Ja, so ungefähr. Also ich... Also... Also ungefähr brauchen wir dich jetzt nicht. Wir sind eigentlich gerade so blöd. Also eigentlich wache ich ja manchmal nachts schreiend auf, weil ich so Sehnsucht nach Alti hab. Ja, ich auch. Aber das darf er nicht wissen. Er ist unser Pfeil, er will nicht mehr mit uns zusammen spielen. Das heißt, wir müssen gegen ihn spielen. Stimmt. Machen wir das doch einfach. Wusstet ihr schon, dass ein Tweet beim Jahr 8 Millionen Euro wert ist? Ja, wusste ich schon. Könnt ihr übrigens jetzt kaufen, Leute. German Retreats. Jetzt auf, äh... Erhältlich vergesst. Vergesst, äh... Happy Digits. Paypal. Alles vergessen. German Retreats. Und dabei könnt ihr auf die bis zu 20% reduzierten, äh... The Waze-Makation in The Waze-Shop kaufen, weil ich sie gerade eingeblendet sehe. Richtig. Die kann man damit auch finanzieren. Also mit einem Retreat von Eiterboiler. Aber die kriegt man auch mit einer großen Reichweite. Ja. Genau. Schon ab 50k ist alles möglich, Leute. Leute, ihr müsst einfach 50k erreichen, ne? Danach lebt ihr in Saus und Braus. Jeder wird euch irgendwas schenken wollen. Ach, jeder. Ich finde, das ist so eine herrliche Sache. Einfach, Gott. Geht einfach in den Laden, ne? Dann so. Die könntest du nicht einfach mitnehmen. Bitch, please. Ich hab 50k auf YouTube. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nehmen sie das bitte auch noch mit. Nehmen sie doch noch die Mikrobälle. Hier haben sie den Fernseher auch noch. So, komm her, du. Komm her, du. Dich mach ich kalt, Alter. Los, hab! Mann! Es hat aber Angst gehabt. äh acord jetzt laß dich verkloppen du hast einen penis gebaut k Sally das könnte mit vier Vattern seine Hakenkreuz sein soll ich einen Hakenkreuz? ne die sieht aus wie kuchen tv Wo willst du hin? Willst du die anderen töten? Das finde ich nicht nett. Wieso? Das ist gemein. Grün kommt! Bist du grün? Grün! IT ist Lissi! Wo? Ja da kommt er! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Stell dich! Stell dich! Ja der stellt dich! Wo ist er? Wo ist er? Das ist zahleutsch. Ja du! Abstauber! 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 Cheatet! Ge-cheatet! Alles mögliche! Cheater! Das zählt nicht! Das ist so wahr! IT hat an! Für 12 Gold! Hacker! Danke erstmal für 12 Gold! Find's erstmal auch nett, dass ihr mich so unterstützt! Für meine finanziellen Möglichkeiten! Komm mal hier, weil du über 50.000 Abonnenten hast, sonst hätten wir das auch nicht getan! Jaja, freundlich wirst du es auch finden, wenn mein Schwert in deinem Arsch steckt! Oder mein Schwert in deiner Vagina! Ohhhh! Das hat sie nicht getan! Leute! Ich muss dazu noch was sagen übrigens! Der gute Talos ist ja nicht nur Talos, er ist auch gleichzeitig Eiterbeule! Das kann ich nämlich auch beweisen! Ich bin jetzt nämlich auch mit ihm zusammen! Und sag mal was! Auch! Sag mal was! Ja! Also ich bin ja vor kurzem mit der Dani zusammengekommen! Spieler Spagetti ist Grunde verlassen! Und die Dani, die ist ganz toll in Sex! In Sex machen ist die Dani ganz toll! Ja, seht ihr? Ja, seht ihr? Ah! Ich weiß nicht, dass es dein Video ist! Meine Mama, die kam vorhin ins Video, kam vorhin ins Zimmer, hat gesagt, ey nimmst du wieder ein Video auf? Ich so jo! Und dann hat sie gesagt, oh ist ja dein Video! Dann hab ich so ja! Und ja! Ich muss dich selber enttäuschen! Es ist nicht dein Video! True Story! True Story! True Story! Ernsthaft! Meine Mutter lebt wirklich in meinem Haus! True Story! Sie lebt in meinem Haus! Wirklich! Echt? Lebt die da? Die lebt hier! Was macht denn die da so? Ja manchmal essen, manchmal ist sie auch fett am Kacken! Schilt die da nur so? Oder äh... Die stript da! Manchmal ist sie fett am Kacken! Wenn Aldi da ist, stript sie! Aldi, du weißt ja wie sie aussieht! Also viel Spaß dabei! Ähm... Aldi, du schießt doch grad nicht auf deine eigene Freundin! Oder? Der schießt auf seine eigene Freundin! Der... Bitch! Bitch! Nein! 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 Das kannst du so mit mir nicht machen! Wie kann man eigentlich so schlecht in Minecraft sein wie ihr? Ja... Indem man Alter Boiler heißt! Uh! Jetzt... Bist du das! Bist du das! Jetzt komm hier hinterher! Komm her! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Hi! Du... Wichser! Ah! Nein! Nein! Diesen Alter Boiler, ne Leute? Diesen Alter Boiler, desalikt einfach mal alle seine Videos! So! Komm! Ich brauche keine Rüstung! Komm her, du! Kann her, du! Ich mach dich kaputt! Das war reines Glück! Das war nur Glück! Ich war nicht vorbereitet! Du hättest das sagen müssen, so jetzt schlag ich dich kaputt! Salas! Salas, ich hab keine Spitzhacke! Salas! Meinst ich?! Hallo! Nein! Ich hab vor Ort runtergefallen! Was ist das für eine pedierte Runde? Ich hasse PvP, PvP ist gesch... Ihr seid doch beschissen! Ich hasse euch! Ich hab dich runtergeschürzt! Ich geh die Mitte! Vielleicht sollten wir uns einfach verbünden mit diesen anderen! Erstmal gegen den anderen und Liebe und Frieden in unseren eigenen Reihen walten lassen! Der hat mich mit dem Bogen abgeschossen! Das bedeutet Krieg! Wir können aber auch aufeinander einprügeln und so tun! Das könnten wir uns nicht leiden! Das finde ich sehr schön! Finde ich eine sehr gute Idee eigentlich! Möchtest du ein Stack? Ja, ich nehme alles! Ich nehme das grundsätzlich! Finde ich geil! Aber er kann sich auch erlauben! Weil ein Tweet von ihm ist 8 Millionen Euro wert! Nicht eine Million! Eine Million ist ein bisschen zu wenig! Eigentlich ist ein Tweet von mir über eine Milliarde wert! Also ein Tweet von mir! Ein Tweet von mir! Ist mehr wert, als eure Mutter im Club verdient! Und ihr wisst, was ich meine! Oh! Ja genau! Dem, wo alt ihr herkommt! Aha! Also den Kindergartenclub auf Mallorca! Pandoria Kids! Du bist schon im Hotel! Och Menno! Hab ich dich getroffen? Ja, ich war grad voll ausgerüstet! Oh nein, der kommt nicht! Der muss ein Bogen her! Warum hat der schon wieder einen Bogen? Ah! Ich bin dagegen! Ich bin dagegen! Einfach nur! Ich bin dagegen! Oh! Lissi hat mich getötet! So! Ich bin dagegen! Ich bin dagegen! Ich bin dagegen! Ich boykottiere das jetzt einfach! Ganz strategisch! Wir boykottieren auf alle Viere! Doch! Mach doch! Mach doch! Ja, bring mich doch um! 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 Das ist ja sowas von scheißegal! Es juckt mich nicht! Es juckt mich einfach nicht! Es juckt mich einfach nicht! Siehste! Und da fällt da! Der kleine Spasti! Guck ihn dir an! So tief bist du gesunken! So tief, ne? Alti, so tief bist du gesunken! Ja! Oma Roswitha gibt mir immer reichlich! Cola! Ja! Oma Roswitha wird dir jetzt aber auch nicht helfen können! Weißt du was deine Oma Roswitha macht? Die mischt dir Oma Abflussreiniger in deine Cola, damit du verreckst! Zwei alter voll im eigentlichen schlimmsten Albtraum! Ich hab ne Hose zu viel gekauft! Die schenke ich dir! Was? Ich hab ne Hose zu viel gekauft! Hab ich dir eine geschenkt! Oh ja, bitte! Ist die von Nike? Nein, die ist von Gucci! Oh, von Gucci geil! Gucci geil! Die nehm ich! Wollen wir nicht irgendwas gegen den gelben machen erstmal? Pfff! Nö, anscheinend nicht! Wir wollen mit Oma Roswitha! Ich glaub der gelbe gewinnt! Ich hab irgendwie das Gefühl der gelbe gewinnt! So, ich will jetzt ein Schwert und... Der hält sich auch fein raus! Deswegen ja! So, ich will jetzt ein Schwert und dann fick ich den Alti weg! Ich fick ihn schon! Er ist mein Freund! Jetzt... Jetzt... Ich hab... Noch! Noch ist es dein Freund! Glaub mir, wenn der einmal mit mir zusammen war, dann will der nie wieder was anderes! Alti! Kleiner alter Boiler, stirb! Der hat nicht... Du bist halt irgendwie schlecht im Bogen, ne? Komm mal mit, komm mal mit zu Gelb! Ich hab sogar von hinten getroffen! Oh Gott, Gelb hat auch Bogen! Lass zurück! Zalos! 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 Er achtet nicht auf mich! Das war ein Ableckungsmanöver! Wer hat auf dich geachtet? Zalos! Ich rückte in einem taktischen Manöver rückwärts vor! Rückwärts auch noch! Ich hab das... Das war alles geplant! Ich sterbe jetzt noch 50 Mal! Dann fühlt er sich überlegen! Und dann! Dann! Wenn er meint! Er ist... Er ist am Gewinn! Dann feck ich ihn weg! Dann bin ich dabei! Dann lass uns einen Dreier draus machen! Ich hab... Boah! Er ist so drin! Ich muss nicht stehlen! Können! Noch ein Greuter, sag mir Bescheid! Ich könnte mir dann einen, äh... Bogen! Ja, hab ich da! Nimm's! Boah, Bitch! Ganz ehrlich! Gib her! Gib her, Mann! Ich hab's doch da gegeben! Das liegt da! Du bist so geldgeil! Ja! Ich mein, du bist auch so geil! Aber auch geldgeil bist du, Mann! Jetzt, Alter! Ich bin nicht geil! Geldgeil! Ich retweet dich einfach! Kriegste Millionen Euro, ey! Ich bin nicht geil! Ja, okay! Hast du jetzt gesagt! Mach dich nicht selbst so runter! Ich mein, du bist immer noch geiler als... Also... Ja, gut! Also nicht geiler als der, aber... Also den... Naja... Ach nee, da kommt er... Nee, auf dich hab ich jetzt gar keinen Bock! Ich geh einfach, ne! Ich bleib hier einfach stehen, so! Alter Boile! Aua! Alter Boile! Alter Boile! Let's Play! Obwohl er keine Let's Plays macht! Ich mach... Alter... Ja, aber keine guten! Auf die Füße! Was spielst du denn schon was so geiles? Minecraft! Da spielen nur 13-jährige Kiddies! Oh! Volles Kiddie-Game, Alter! Keiner spielt Minecraft! Genau! Ich würde Minecraft niemals spielen! Das ist voll das Scheiß-Spiel! Richtiges Kiddie, Mann! Alter, bist du ein Hurensohn! Ja, komm auf! Der Gelbe! Der Gelbe! Halt die Gelbe auf! Der Gelbe! Der Gelbe! Halt die Gelbe auf! Spürst du den Schauer auf deiner Brust? Leute, während wir uns kennen... Wollen wir uns... Wollen wir uns... Wollen wir uns nicht verbünden? Während wir uns streiten, wir sind die Gelbe immer weiter aus! Das merkt ihr schon, ne? Gnade ist ausverkauft! Gnade war eigentlich nie im Angebot! Wir machen jetzt folgendes... Ja, also... Ja, komm jetzt, komm verhandeln! Komm doch her! Trau dich doch! Okay! Wir verhandeln... Aber ihr müsst wirklich versprechen mich nicht zu töten! Parallel? Verlangst du ja Parallel? Talos, du verhandelst! Ich geb dir Rückendeckung! Okay, ich verhandle jetzt! Aber ich geh vorne in der Mitte! Ich kann nicht so weit drehen! Ich komm zu euch! Und geb ich alles auf! Nein, nein, nein! Wir treffen uns hier an der... In der Insel! Das ist ein neutraler Platz! Das hier ist der neutrale Platz der Insel! Aber nicht töten! Talos, so weit kann ich nicht schießen! Nein, nein, nein! Da hinten kommt der Gelbe! Der will mich, glaub ich, töten! Der hat nen Bogen! Der Gelbe will uns allen Aua machen! Das ist so ein ganz, ganz böse! Keiner mag den! Der Gelbe! Jetzt ist er weg! Talos, es ist zart aus! Ich komm! Ja, gut, gut! Gut, gut! Okay, alles klar! Was sind deine Forderungen? Meine Forderungen sind, dass wir erstmal den Gelben ausschalten! Komm mit! Okay, alles klar! Moment, Moment! Was haben wir davon? Den Gelben ausgeschaltet! Danach können wir den Alter beide vernichten! Wir haben davon, dass wir erstmal... Ich will 20% von seiner Beute haben! Okay, pass auf! Pass auf! Ich will nochmal 20! Gib mir Deckung! Ich hab doch keine Ahnung! Ich hab doch keine Ahnung! Gib ihm Deckung! Gib ihm Deckung! Gib ihm Deckung! Wir machen locker platt! Ist er down? Ah, ich bin down! Talos, das ist der falsche! Er rennt zurück! Er rennt zurück! Er sterbe! Jetzt musst du ihm in den Rücken gefallen! Ich war der IT nicht in den Rücken! Oh Mann! Nein! Komm doch! Nein! Der hat mich umgebracht! Wie schlecht bist du? Feindlich! Talos ist als erstes gestorben! 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 Man wird Lieder über mich singen für diese Tat! Talos ist als erstes gestorben! 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 Ach halt doch die Schnauze! Ich hasse dich! Du besuchst mich nie! Talos! Ja, komm ganz ehrlich, du bist wie meine Mutter! Ich besuch dich nicht! Nein Spaß! Die Mutter ist im selben Haus! Hast du Gold? Hast du Gold? Deine Mutter hat Gold! Ich nehm's mir jetzt einfach so! Hast du eigentlich auch noch was anderes drauf, außer dieser intellektuellen Deine-Mutter-Witze? Deine Mutter hat vielleicht was anderes drauf! Deine Mutter hat was anderes drauf! Hab ich was anderes drauf, außer Deine-Mutter-Witze? Ne, ich muss dir einmal eins sagen! Deine Mutter hat andere Witze drauf! Weißt du, was ich dir sagen wollte? Meine Mutter ist cool, ich weiß! Du hast nichts drauf, außer Zahnbelag! Ooooooh! 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 Du bist so alt! Nee, du greifst mich an! Nee, warte! Hör auf! Hör auf! Warum greifst du mich an? Frieden, Frieden! Er hat das Bündnis durchbrochen! Ich hab kein Bündnis durchbrochen! Was? Du hast die Heiligkeit der heiligen Neutralen Inseln! Lass den doch hierhin! Lass den doch hierhin! Lass den doch hierhin kommen! Dann wird er sehen was er davon hat! Er schießt ja! Ja, dann verstecken wir uns! Wie kleine Feiglinge! Guck mal, wir bauen uns ne Bude! Ich baue mir ein Haus! Ich baue mir ein Baumhaus! Ich baue mir ein Baumhaus! Nein, wir machen uns ne Mauer! Eine gerade Mauer, okay? Ein Baumhaus! Wir bauen eine Mauer! Eine Mauer! Auf der Mauer! Auf der Mauer! Auf der Mauer! Sitz ne kleine Wanze! Ne kleine Wanze! Z-A-L-L-O! 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 Wir haben eine Mauer gebaut! Und diese Mauer! 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 Irgendwas! So! Jetzt können wir! Ja! Wir können hier auf Gold warten! Wuuu! Wuuu! Wo ist er? Wo ist er? Ich seh' nicht! In deiner Base! It's all about the base! About the base! Oh! All about the base! Z-A-L-L-O! 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 Z-A-L-O! 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 Du weißt schon, dass ich dich jetzt immer Lissi nennen werde, oder? Mama, das ist mein neuer Freund Lissi. Er verbaut sich in seiner Base, weil er Angst hat. It's all about the base, about the base. Seh ich nicht. Komm, wir rücken mal. Ich hab Lissi getroffen. Okay, hinterher. Wir gehen mal zum Mittelpunkt. Zum Mittelpunkt der Base. Zum Mittelpunkt der Base, der Herr Base. Alti, ich steh doof. Lass mich hin. Los, geht vor. Ich steck den mit Pfeilen zu. Ich steck auch den Pfeil zu. Alter, Leute, geh nach vorne. Alti, geh nach vorne. Nein. Das war kaputt. Ich war suß. Ich will, dass der blutet. Ich war suß. Der hat einen Goldapfel gegessen. Der hat einen motherfucking Goldapfel gegessen. Der hat einen Goldapfel. Der hat einen Goldapfel. Jetzt. Hab ihn. Leute, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe. Mach schon. Ja, ich mach doch mal Pfeil dran. Er ist tot. Okay. So. Wir sparen nochmal. So, dann lass uns zurück zu unserem Base gehen. Und dann können wir ihn fertig machen, meinetwegen. Ja, können wir auch machen. Das ist eine gute Idee, finde ich. Boah, was ist denn mit dir los, ey? Du leckst voll. Ich? Ich? Lissi leckt voll. Schau dir mal die Lissi an, wie die Lissi Dizzy kann. So, Leute. Jetzt kommt das faire Finale. Das war so fair, wie wir alle auf ihn drauf... Alti? Alti? Jetzt. Das ist eine Sacksau vor dem Herrn, Alter. Alti, hatten wir da nicht irgendwas von... Alti? Lissi? Er hat das Heiligtum der Waffenruhe verletzt. Lissi, da war irgendwas von fair. Weißt du das noch? Ne, Lissi. Nein, du darfst nicht kennen, meine Basis. Ich bin da schon drin, Lissi. Ich bin da ja sowas schon drin. Ist dein Bett schon kaputt, oder wie? Den kann man nicht hinten, weil der einfach rumleckt wie Scheiße. Wo ist er denn? Du bist auch tot. Der leckt einfach gerade rum wie Scheiße. Den kann man nicht treffen, der cheatet. Du bist ja auch gerade tot. Du kannst ihn gar nicht treffen, verdammt. Ich bin nicht tot. Natürlich bist du tot. Wieso? Ach so, der ist gut. Ich habe das gar nicht gemerkt. Lissi! Das ist so eine linke Sau. Das ist so ein Link von dir gewesen, Alter. Das ist so ein richtig Zelda schon fast gewesen. So ein Link war das. Das ist so richtig, ey, das ist... Ich habe nicht gut auf den Trip gekommen. Das war so unfair. Das war eine richtig unfair Reaktion. Das war unfair. Das ist ja gewonnen, Leute. Ja, die hat nicht gewonnen. Die hat cheatet. Dann liked mein Kommentar. Dann abonniert doch mal den Gewinner. Nee, nee. Leute, dann liked mein Kommentar. Wir haben ja momentan ein kleines Dislike-Problem. Das heißt, wenn euch der Part wirklich gefallen hat und ihr bis hier hingeguckt habt, dann liked mein erstes Kommentar, damit das Video veröffentlicht wurde. Dann sehe ich, ob es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das ist unverschämt. Das ist so unverschämt, ne? Aber es war leicht. Das ging nicht. Das ging einfach nicht. Nee, es war einfach easy. Es war einfach easy. Nein, komm, ganz ehrlich. Ich nehme die aus meiner Freundesliste raus. Nee, reicht jetzt.